Fine Voices. Große Stimmen. Lesen. Frau Meier sieht Gespenster. Frau Meier ermittelt Band 3 von Jessica Krimser. Gelesen von Hildegard Meier. Mittwoch. Der erste Donnerschlag kam mit solcher Wucht, dass Frau Meier zusammenzuckte, obwohl sie ihn erwartet hatte. Nach so vielen Jahren am großen See kannte sie alle Wetterkapriolen eines heißen Sommers. Sie blieb stehen und schaute in den Himmel. Die dunklen Wolken zogen wie von Peitschen hieben getrieben im Eiltempo vor die gleißende Sonne, die von einem schwarzen Rand umgeben war. Das Wasser hatte sich in Sekundenschnelle von einem leuchtenden Blau in ein bedrohliches Grau verwandelt, und die ersten Wellen rollten auf das Ufer zu. Ein dicker Regentropfen traf Frau Meier direkt auf die Stirn. Na bravo, rummte sie und ging schnell weiter. Doch auch so war ihr Tempo vergleichsweise gemächlich. Eine alte Frau ist schließlich kein D-Zug, dachte sie, und schnaubte im gleichen Moment verächtlich. Woher kam eigentlich dieser blöde Spruch? Alte Frau? Alt? Alt ist ein dehnbarer Begriff, brummte sie und versuchte, die jetzt dicht herunterprasselnden Regentropfen zu ignorieren. Der Tag war heiß und schwül gewesen, aber durch das Unwetter hatte sich die Luft abgekühlt. Frau Meier spürte, wie sich eine Gänsehaut auf ihren Armen ausbreitete. Ein greller Blitz erhellte den dunklen Himmel direkt hinter dem Kautzinger Kirchturm. Der nächste Donner rollte dunkel grollend aus der Ferne heran und entlud sich genau in dem Moment, in dem Frau Meier die schwere Kirchentür erreicht hatte. In der Kirche war es kühl und still. Der Regen prasselte zwar auf das Dach, aber er würde zu einem gleichmäßigen gedämpften Rauschen, das die anderen Geräusche der Außenwelt abschirmte und die Kirche zu einem ruhigen Hafen in stürmischer See machte. Frau Meier bekreuzigte sich. Nur aus alter Gewohnheit oder aus Überzeugung. Sie wusste es schon seit Jahren nicht mehr genau, aber das Bedürfnis, in einer Kirche zu sein, war stark gewesen. Langsam ging sie durch den Mittelgang auf den Altar zu. Täuschte sie sich oder sah die Marienstatue dort vorne heute irgendwie ernster aus als sonst? Ach, so ein Schmarrn, flüsterte Frau Meier, kniete sich trotz der Schmerzen in ihrem Bein kurz hin und setzte sich in die vorderste Bank. Sie schloss die Augen und atmete tief durch. Alles ist in bester Ordnung, murmelte sie. Alles ist in bester Ordnung. Sie öffnete die Augen wieder und bildete sich ein, dass sie ruhiger atmete als vorher. Es ist ja nur wegen der Katze, raunte sie der ernsten Madonna zu. In diesem Augenblick zuckte hinter dem Kirchenfenster ein Blitz über den Himmel, gefolgt von einem gewaltigen Donnerschlag. Ist ja gut, seufzte Frau Meier. Du sollst nicht lügen, ich weiß. Und vor allem sollst du keiner Marienstatue direkt ins Gesicht lügen, fügte sie in Gedanken hinzu. Na gut, sie musste den Tatsachen also ins Auge sehen. Seit sie das Angebot angenommen hatte, war sie wieder da. Die Unruhe. Die Unruhe, die Frau Meier, die eigentlich die Ruhe in Person war, ganz deutlich zu verstehen gab, dass etwas nicht stimmte. Das Angebot, auf der Insel zu arbeiten, war eigentlich gut, sehr gut sogar. Jetzt im Hochsommer strömten die Touristen ins große Schloss und Aushilfen wurden gebraucht, um alles in Schuss zu halten. Eine ehemalige Kollegin aus dem Kurhotel hatte Frau Meier den Job vermittelt. Natürlich hatte ihre größte Sorge sofort der Katze gegolten. Denn auf der Insel standen für Arbeitskräfte Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung und es wäre wesentlich einfacher, dort zu schlafen, um den Dienst in aller Frühe antreten zu können. Aber Frau Meier wollte nicht auf der Insel übernachten. Sie wollte die Katze nicht allein lassen. Elfriede, ihre Bekannte aus der Sparkasse in Kautzing, hatte zwar sofort angeboten, sich zu kümmern, aber Frau Meier war nicht wohl bei den Gedanken. Die Katze hatte schließlich noch nie... Die Katze hatten die Katze mit meinen Absatz zu schlafen. FreiHE